Hi Leo. Hi. Wie viel Prozent holt die FDP bei der nächsten Landtagswahl? Elf. Was war dein größter Fehlkauf? Wahrscheinlich Staubsäure-Roboter. Diese Qualität schätze ich besonders an Menschen. Ehrlich offen. Das beste soziale Netzwerk ist? Twitter. Was ist deine größte Schwäche? Dass ich wahrscheinlich manchmal auf die Nacken gehe. Dieser Beruf würde auch gut zu mir passen. Ich glaube ich wäre ein guter Lehrer. Bei diesem Film habe ich zuletzt geweint. Wahrscheinlich der Junge im gestreiften Pyjama. Welcher Politiker, welche Politikerin das richtig unterschätzt? Sabine Leuthauser-Schnarrenberger. Mein Plakatslogan? Weniger Gebühren, Abgaben, Steuern. Rheinland oder Westfalen? Westfalen. Lesen oder Podcast? Podcast. März oder Söder? Keine von beiden. Was ist dein Lieblingsvideospiel? Wahrscheinlich Civilization. Party oder Programmatik? Beides hintereinander. Erst Programmatik, dann Party. Dein geheimer Urlaubstipp? Baltikum. Was frühstückst du am meisten? Wahrscheinlich frühstücklich am meisten gar nicht. Welches politische Thema interessiert dich so gar nicht? Ich interessiere mich eigentlich für das meiste, aber wenn wir über Straßennamen vor Ort und so diskutieren, da bin ich komplett raus. Straßennamen weg. Der beste Ex-Kanzler der Bundesrepublik war? Walter Scheel war für acht Tage Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Dankeschön.